Hey Kinder, was geht bei euch ab? Im heutigen Video will ich euch zeigen, wie ich mein ultra krasses Knife von euch geschenkt bekommen habe. Ich habe es in einem Livestream geschenkt bekommen. Mein Kumpel, Big Wallin, saß hier und hat das schon mal alles eingestellt. Er war eingeweiht praktisch in den Plan, ich musste draußen warten. Und er hat schon den Trade bestätigt, angenommen, eingestellt und auf Inspizieren gedrückt, dieses ultrascharfe Teil. Ich habe es von euch geschenkt bekommen. Vielen, vielen Dank an alle, die mitgeblickt haben, die dabei waren. Auch an alle, die davon wussten und stillgehalten haben und es mir nicht verraten haben, was eben diese große Überraschung ist. Ihr seid echt die Besten. Richtig, richtig krass. Was für ein ultra perverses Teil. Dann noch mit dem Name Tag drauf, Alter. Im Folgenden lasse ich jetzt einfach den Clip ablaufen, den ich aus dem Livestream abgefilmt habe. Also meine Reaktion und eben, dass die Big Wallin hier kurz davor alles so zurechtgefummelt hat. Also es geht nur ein paar Minuten. Vielen Dank für das Knife. Jetzt kommt hier das Video, wie ich das Knife bekommen habe. Viel Spaß damit. Ist das sexy? Ist das sexy? Wala. So, Monsieur. Hoppala. Mikrofon aus Versehen kaputt gemacht. Kinder. Um Himmels Willen, wie geil. Alter, ist das ein geiles Teil. Leck mich am Ärmel. Sogar noch perfekt die Farben getroffen. Und Wala, Leute. Scheiße. Leute. Ab nochmal. Zieht ihr den Rücken wie er sich... Manchmal freue ich mich mit den Schultern am Mai. Also mehr wie mit dem Gesicht. Das ist einfach so geil. Vielen Dank. Leute. Ultra die Liebe. Auch nochmal in die Richtung. Achso, Wallin macht auch gerade Liebe. Also er ist gerade liebevoll. Vielen, vielen Dank. Krass. Richtig krass. Wirklich. Ich kann es gar nicht glauben. Das war ein Buss. Ja? Sogar nicht machen. Was? Ich muss die Farben reißen. Was hast du gemacht? Ich bin dabei noch mal aufgekommen. Ja, ja. Also, krass. Was ist denn? Um Himmels Willen, Leute. Ich habe sogar ein bisschen Tränen in den Augen. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Geil. Vielen Dank. Wirklich. Das Knife kostet 500. Okay. Um Himmels Willen. Lava, kein Appel. In der Afrikanischen Familie. Wir könnten das Jahr lang überleben. Und nicht sterben. Leute, geil. Oh mein Gott. Ihr seid echt die krass... Wirklich die krassesten. Wollten vielen Dank auch, dass du diese bei dieser Überraschungsmessur mitgemacht hast. Du bist ja gerade in der Kamera. Sehr geil. Jan, wie kann man bei den... Ich erklär es gleich. Ich erkläre es gleich. Danke, danke. Das ist nur rot und blau 150 Euro. Wallah. Richtig krasses Teil. Leute. Ihr habt euch doch bestimmt in Unkosten gestürzt. Ich gucke mir das jetzt an. Und wenn es zu teuer ist... Dann werde ich Bs. Oh, schie. Leute, ihr seid echt krass. Das ist ein geiles Teil. Um Himmels Willen. Ich muss es direkt mal kurz spielen, okay? Ich spiele es mal kurz. Oh mein Gott. Jetzt sind es übrigens 5 Knives. 1, 2, 3, 4, 5. Dankeschön, Dankeschön. Ich muss mir das ganz kurz angucken, bevor wir die Fierer Games starten. Wartet bloß, ich bin gerade so wahnsinnig. Das ist das heftigste Karambit des Lebens. Das ist ja unheimlich krass. Amarena Kirsch, Alter. Voller die Waldfee. Ich muss... Mal gucken wir uns die andere. Es ist schön wie... Alter, als ob man so ein... Als hätten über 5 Generationen jemand ein Samurai-Schwert angefertigt und zieht es dann aus dieser Packung raus. Ja. So klingt das. Vielen Dank. Ich liebe euch auch. Dankeschön. Blau und Rot, lasst bitte jetzt mal internes... Wir spielen jetzt ein Fierer Game. Habt viel mitgespart. Vielen Dank an der Stelle, an alle Leute. Vielen Dank an alle. Krass. Und noch vielen Dank an alle, die bei der... Hä, ist das die Map gewechselt? Die an dieser Sache teilgenommen haben, auch was die Umsetzung anging. Und sowas. Leute, wie krass. Boah, ich bin schwindlig. Das muss ich mir jetzt sofort... Uuuh! Voila, komm mal! Äh. Wir haben einfach alles umgestellt, oder was? Du musst High-Sense spielen, Mann. Ja, aber doch, schau, wir lassen uns. Okay, Leute. Wo, vielleicht finde ich ja zufällig... Vielleicht finde ich ja zufällig die Knöpfe. Alter, ist das ein geiles... Das ist sick. Drück mal F. Aber das geht ja nicht. Ja, das geht ja nicht. Oh, nicht. Aber ich kann mit F nach rechts und hier mit nach links. Ich glaube, F1 ist gerade aus. Oh, yeah. Bist voll korrekt, Mann. Vielen Dank für deine... Alter. Okay, ich mach ein Life-Kill, Walla. Warte kurz, es geht auch wie so eine Gabel... Da ist er, da ist er! Da ist er, da ist er! Hier natürlich noch ein Riesen-Dankeschön an dich, Big Wallin. Durch dich werden diese langen Streams zu dem, was sie sind. Epic! Und das war's auch schon. Ich hab dann noch ewig versucht, Knife-Kills zu machen. Hab auch noch einige dann später im Verlauf des 12-Stunden-Streams hinbekommen. Und ja, ich seh das Teil immer noch an und muss einfach voll grinsen. Und freue mich halt voll, dass ihr als Community, wirklich als Haufen, ja, wir sind ja ein großer Haufen, dass ihr es einfach... Dass ihr sowas möglich gemacht habt, so einen Teil mir zu schenken. Das ist tatsächlich auch, wenn man das rein aus der strategischen Sicht betrachtet, was auf YouTube und Twitch angeht, wirklich eine Bereicherung. Weil ich... Damit erlange ich auch Aufmerksamkeit. Nicht nur durch die Videos, die dadurch entstehen, wie jetzt zum Beispiel dieses hier. Also ich meine, so viel werde ich jetzt nicht speziell dafür machen. Wahrscheinlich ist das das Einzige. Auch In-Game. Wow! Cooles Knife, wo hast du das her und hin und her, ne? Und da kommt man vielleicht sogar ins Gespräch und sagt, das hab ich von meiner Community geschenkt bekommen. Ah, du machst YouTube. Ich hör mal vorbei. So ungefähr. Also es sorgt einfach für Aufsehen. Es ist einfach so ein geiles Teil. Und deswegen auch nochmal vielen Dank an alle. Dankeschön, Dankeschön. Ihr seid echt die Krassesten. Wir sind die Krassesten. Die Dummbabla. Rising. Sie sind Rising. Wir wachsen. Wir kommen hoch. Keiner kann uns aufhalten. Das war's auch schon wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Gebt einen Daumen nach oben, wenn ihr dieses Knife sehr geil findet. Und wenn ihr es nicht geil findet, dann... Wahrscheinlich gibt's solche Menschen nicht. Bis zum nächsten Mal. Ciao! In my house. I'm so fucking darn. In my videos.